Und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, so. Heute ist der große Tag. Ihr wisst ja alle, was kommt. Ich habe mir nochmal eben schnell das Rezept für einen Bogen herausgesucht. Das war nämlich eigentlich ganz easy. Ich habe es nur falsch rum gemacht. Hä? Ach ne. Äh. 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 So. Ja, das ist wieder so ein typischer Rezept von einmal mit Profis. Mann, 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 Mann. So. Nein, so. Dann haben wir das. Dann können wir die Fäden hier nämlich auch wieder ablegen. Ich glaube, die Musik ist gerade ein bisschen leise. Ich mache die mal kurz. So, ein bisschen leiser. Dann haben wir auf jeden Fall einen Bogen. Ich würde ja gerne noch ein Level haben, damit wir den auch irgendwie verzaubern können. Haben wir nicht irgendwas auf sich hier noch reinschmeißen können. Wasser, Stein haben wir hier auf jeden Fall on mass. Hauen wir hier rein. Zack. Zack. Hier haben wir keine Kohle drin. Hier ist auch keine Kohle. Hier ist noch Kohle drin. Hier ist keine Kohle mehr drin. Können wir mal hier ein bisschen reinpacken. Ja, doch. Ja, komm, holen wir hier alles rein. So. Das wäre nämlich ganz praktisch, wenn wir dann halt den Bogen auch noch verzaubern könnten. Wenigstens mit einem Level. Das wäre schon ganz cool. So. Bro. Nehmen wir das. Stärke. Stärke. Schade. Leider nicht Unendlichkeit. Beziehungsweise Infinity. Das wäre natürlich awesome. Aber auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal die Monster machen. Normal. Zack. Und dann geht's los, würde ich sagen. Machen wir hier mal so eine kleine Runde Höhenerkundungs... Oh Gott, ich habe Angst. Also noch geht's, ist ja tagsüber. Und die Ruckler in der letzten Folge, die waren einfach mal, weil mein Windows ausgerechnet jetzt der Meinung war, eine Sicherung durchzuführen. Ich habe die ganze Scheiße jetzt mal deaktiviert. Kann aber nicht sein. Hier kann doch nicht arbeiten. So. Ich wette, wir haben wieder irgendwas vergessen. Irgendwas ist ja immer hier unten war nämlich, glaube ich, gar nichts so weit. Ich weiß gar nicht mehr, wo war denn die Höhle? Wow. Okay, ein paar Ruckler schleichen sich trotzdem immer ein. Aber gut, das kann man leider nicht immer so ganz verhindern. Da hinten haben wir uns die Markierung gesetzt. Aber das war nicht die Höhle, wo wir hinwollten. War das dann vielleicht hier? Nein. Ich hoffe mal, wir verbringen jetzt nicht hier die ganze Zeit, die ganze Folge mit einer Suche nach einer Höhle. Die geht mir auf den Sack. Kann aber nicht sein. So, da hinten ist der Eingang. Ich weiß auch, wir kamen raus und konnten direkt unser Zuhause sehen. Das muss ja dann irgendwo, irgendwo hier gewesen sein. Ach nee. Oder war das doch da drüben bei der Markierung? Ich meine, wenn nicht, dann können wir die auch irgendwann mal abbauen. Weil da sind überall noch Krempel rum. Ist auch lustig. Jetzt passt doch die Musik noch so gar nicht rein. Da hat sich ein Huhn versteckt. Hier sind wir auch schon 5000 Mal reingerannt. Die war aber nichts. Okay, ich habe nichts gesagt. Hier war halt auch was. War das sogar hier, wo wir hinwollten? Ist auch schön, dass wir mal so gut vorbereitet sind. Und wie gesagt, wir brauchten ja auf jeden Fall Kohle. Dann nehmen wir uns die mal mit. Mir persönlich ist die Musik immer noch ein bisschen zu laut. Ich mache die mal kurz noch ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt auf die Aufnahme auswirkt. Also wie sich das dann am Ende auswirkt, bearbeitet es ja dann sowieso alles nochmal nach. Sodass es nicht ganz zu laut ist. Wie kommt ein Ei hier hin? Ein Besuch. Moins. Ja, keine Schnitte gehabt. Keine Schnitte. Und dann kriegen wir auf jeden Fall nochmal ein paar Pfeile dazu. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir jetzt am besten hier weiterkommen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir jetzt nur das letzte Mal schon waren und wo noch nicht. Ich meine, ist klar, da wo dunkel ist, war man noch nicht. Oh, ich habe schon mehr Hunger. Also schon wieder. Da haben wir die ganze Zeit auf Peace, also auf Easy oder einfach und friedlich gespielt. So, jetzt habe ich. Da war das ja immer noch alles relativ entspannt. Okay. Das müssen wir halt wirklich abgewöhnen, in der Höhle immer so zu rennen. Oh, guck mal hier, das sieht gut aus. Oh Gott. Das ist die Scheiß-Fledermäuse, ja. Creeper, ich habe die gesehen. So. Das ist auf jeden Fall Lava, das ist auch gut. Dann gehen wir mal hier ein bisschen rund. Oh Gott, da geht es ja richtig tief runter. Komm her. Jetzt stirbst du. Jetzt stirbst du. Oh, wie blöd hier ist, gegen die Wand geflogen. So. Lava eingedämmt. Mischen. Komplett. Aua. Aua. So. Das haben wir denn auch. Gucken wir mal, wo wir jetzt am besten landen. Gucken wir mal, da sind. Ein Creeper. Ein Creeper. Auch ein Creeper. Drei Creeper. Ach so. Aha. Wie blöd ihr seid. So. Ich habe noch ein bisschen Eisen. Das war eigentlich gar nicht mehr brauchen. Davon haben wir ja noch nicht mehr als genug. Aber scheiß drauf. Ein bisschen Eisen. Dann haben wir ja zum Beispiel schon mal ein Feld in unserem Inventar für Eisen. Eisen belegt. Falls wir doch mal noch mal welches mitnehmen sollten. Oh, das geht ja richtig weit runter da. Aber ich habe die Idee. Aha. Okay, jetzt ist die Fakke natürlich auch weg. Wann hätten wir hier zumindest schon mal einen kleinen Abstieg? Gewusst, wie? Da unten ist auf jeden Fall Lava. Oh Gott, hier ist ja einiges. Oh, habe ich gerade einen Schreck gekriegt. Diese verkackten Fledermäuse. Da ist noch ein Creeper. Stopp. Und es wäre ja schön, wenn wir ein paar Diamanten finden würden. Hier ist nochmal Redstone. Was natürlich auch eigentlich immer ganz praktisch ist. Da drüben sehe ich Larpis. Larpzonen. Da sehe ich einen Creeper. Das war ein Fail. So. Ach, verdammt. Okay, jetzt lassen wir lieber. Aber wir müssen ja nicht unnötig unsere Pfeile verschwenden. Na komm her. Zombie. Krass, wo kommen die in alle her? Erstmal das Skelett ausschalten. Boah. Übelst du die Zombies hier. Und das ist ein Skelett. Da war ein Creeper. Ich habe ihn noch gesehen. Leider zu spät. Es war zu spät. Oh je ey. Hier ist ordentlich was los. Oh, 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 oh. Lava. Kombination mit mir. Jeder der mein Let's Play seit Folge, weiß ich nicht welche, verfolgt, weiß ganz genau. Da sollte ich mich von fern halten. Besonders in so einer Höhle, wenn die Monster an sind. Ich habe mal so eine Höhlentour gemacht. Ohne Monster. War total lustig. Ich habe mich einfach durchgerannt. War super entspannt. Super chillig. Einfach mal alles abgebaut. Zack. Da waren ja keine Monster da. Muss ich mir keinen Kopf machen. Aber jetzt habe ich ein bisschen Angst. Mal gucken, dass ich hier mir nicht einen Schlüppi mache. Oh ja, eine super seltene Blume. Da hat eine noch seltenere Sackgasse. Das Yold. Yold ist immer gut. Yold ist auf jeden Fall eine hammergeile Angelegenheit. So, mal gucken, wie wir jetzt hier am besten noch runterkommen. Selbst bei der Höhlentour kriege ich dieses. Müssen wir mal gucken. Ich bin weg. Mann, 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 Mann. So, Gold, Gold, Gold. Wenn wir auf jeden Fall auch brauchen. Da ich ja noch einiges vorhabe. Oh, Enderman. Scheiße, ich habe ihn mal angeguckt. Aha. Noch ein Enderman. Hallo, lieber Enderman. Aber ich bin vorbereitet. Jetzt stirbst du. So. Mal ein bisschen was frappen. Oh, hier ist ganz schön viel Eisen. Aber das lassen wir mal liegen. Wie immer. Lapis. Nehmen wir mal mit. Gib gut EP. Und hier ist bestimmt wieder eine Sackgasse. Genau. Da ist doch der Farnzen. Sackgasse. Oh, Creeper. Komm mal her. Komm mal her. Ja, komm fein. Ja, bist du ein feiner Creeper, Mann. Ja, komm her, fein. So. Tschüss. Ich meine, so jetzt hier in der freien Wildbahn. Wildbahn. Oh Gott, Deutsch. Sprache. Sprechen. Geht nicht. Da sind mir die Creeper mal ein bisschen lieber als in der Nähe von meinem Haus. Die machen wir so viel kaputt. Wild Wichser. Nehmen wir hier mal. Oh, oh, oh. Nehmen wir hier mal. Das Redstone. Geh mich doch mal runter jetzt hier. So. Geh noch mal das Redstone noch mit. Ohne dabei zu sterben. Das wäre ganz gut. So. Dicht. Gott, noch mehr Lava. Lava doch mal keine. Oh Gott. Uh. Jetzt sind wir auf jeden Fall ein bisschen besser vorbereitet. Mit unserem neuen Superschwert. So. Wenn jetzt natürlich die Rüstung noch nachziehen würde, dann wäre das schon mal ein immenser Vorteil. Die P nehmen wir mal mit. Schwarzpulver auch für TNT. Wo ich das... Uh. Eine Kartoffel. Ist hier irgendwo ein Spawner schon wieder. Warte der denn für Augen? Warum hat er der Pflaster auf den Augen? So. Das nehmen wir auch noch mit. Ich will jetzt an die Kartoffel da ran. Warum kommen wir da nicht ran? Oder backt die schon wieder irgendwo fest? Oh. Unser Inventar ist voll. Das erklärt einiges. Weg mit dem Kies. Her mit dem Redstone. Da wollen wir aber schon auch noch mal ein bisschen was brauchen. Weil ich bin zwar ziemlich ahnungslos, was Redstone betrifft. Aber auch trotzdem nicht ganz unbewandert. Es war finstere Nacht. Er hatte einen Eimer bei. Doch er hat vergessen ihn mit Wasser zu füllen. Weil er einfach mal übelst inkompetent war. Aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal statt dem Fleisch die Brote. Und nehmen uns das Fleisch auf. Komm, hoch hier. Da kommt der Creeper. Na komm hoch. Komm. Hoch. So. Oh Gott. Zwei Creeper. Aber er nahm die Herausforderung an. Wieso halten sie ihn beim Abbau? Ja. Welcher Höhe sind wir denn jetzt überhaupt? Wir sind auf Höhe 14. 14 reicht noch nicht ganz viel. Noch ein Enderman. 14 reicht noch nicht ganz viel Diamanten. Okay. Also müssten wir hier irgendwo welche finden. Aber hier waren wir doch gerade. Also irgendwo hier muss doch was sein. Das kann ja nicht so schwer sein. Guck mal hier. Wie groß die Höhle auch ist. Da ist Obsidian. Was wir nicht abbauen können. Weil wir ja keine Diamant-Spitzhacke mehr haben. Ähm. Redstone nehmen wir nochmal mit. Das hat doch so ein bisschen was von einem Buffet. Man kommt rein und bedient sich. Oh guck mal hier Redstone. Lecker, lecker. Pack das mal auf den Teller mit drauf. Das ist das Ding. Das brauchen wir jetzt nicht. Und dann machen wir hier mal das Wasser weg. Dann müssen wir uns gleich mal um neue Fackeln kümmern. Hör mal. Wollen wir jetzt auch wieder weiter. Scheiße. Ich hätte mal mir statt, ähm, statt dann Fackeln zu setzen, das Wasser mal snacken sollen. Guck mal, jetzt kriegen wir hier ein bisschen Wasser. Ein, ne? Warum haben wir schon mehr so viel Kräppel im Inventar? Das ist ja unglaublich. Oh. Komm hoch hier. Hoch. Hier. Jetzt. Oh Gott, das ist ja so eine Wasserquelle, die nicht endet. So, haben wir. Entschuldigung. So. Aber warum gehen wir jetzt nach oben? Wir wollen noch nach unten. Genau, wir wollten diese Sackgasse hier noch erforschen. Dann haben wir das so und so. Und dann haben wir hier nochmal Fackeln. Jetzt haben wir keine Sticks mehr. Das sind so schlimm. Wir haben ja Holz bei. Holzabeln wir bei. Jochei. Neun. So, machen wir das ganze Wasser hier auch mal noch weg. Zack. Und nochmal hier lang. Wow. Das hier sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So können wir auf jeden Fall mal nachgucken. Dann graben wir uns hier so lang. Lava verschwindet, das gefällt mir. Aber wollen wir nicht mal buddeln, sehr gut. Das Redstone brauchen wir jetzt erstmal nicht so dringend. Gold brauchen wir dagegen schon eher. Aber wir haben auch noch keine Diamanten gefunden. Ich möchte jetzt hier mal mit zwölf mehr an Diamanten nach Hause gehen. Es ist natürlich auch schön, dass wir in unserer Season 1 Welt noch so viele Diamanten da hatten. Und es waren, es waren jetzt nicht so viele, aber es waren auch nicht so wenig. Treffe ich den von hier? Verdammt. Na gut. Ein Versuch war es wert. Oh Gott. Verschaufeln wir uns mal hier rum. So ganz heimlich. Gut festhalten. Auf jeden Fall schön mit Shift immer festkrallen an diesen Kanten. Damit hier auch gar nichts passieren kann. Aber es ist ja unglaublich. Wir sind immer noch keine Diamanten. Keine Diamanten für mich. Für uns. Für mich. Uns. Für uns. Finde ich nicht so cool. So. Oh oh. Ach da unten. Immer schwimmen. Tschüss. So. Hier oben waren wir schon. Aber es ist auch unglaublich, wie viel Eisen hier ist. Hier oben geht es dann noch weiter. Und hier unten geht es auch weiter. Aber es sieht mir sehr nach Sackgasse aus. Naja. So. Diamanten. Sehr gut. Sehr gut. Diamanten. Hier so. Oh. Nicht gerade wenig. Das gefällt mir. So. Was lassen wir denn jetzt hier? Sechs Diamanten. Da ist es natürlich schon mal ein Traum. Quatsch. Nicht die Knochen. Was nehmen wir denn stattdessen in die Hand? Wir haben noch einen Bogen gefunden. Essen. Knochen. Das Holz. Oder so. Keine Ahnung. Sonst muss ich mal wieder raus. Diamanten sind immer was Schönes. Wenn man sie hat. Noch einer. Tschüss. Ich gehe noch planchen. So. Gehen wir hier mal lang. Aber es reicht doch nicht. Sechs Diamanten. Das ist ein Witz. Wir brauchen viel mehr. Mindestens ein Stack. Lapis. Nehmen wir auch mit. Können wir immer gut gebrauchen. Also eigentlich nicht. Obwohl ja bei der Minecraft 1.8 Version ein bisschen das Lapis auch nützlicher gemacht werden soll. Oh Gott. Mensch, ich habe dich ja beinahe übersehen. Mal hier runtergefallen. Nehmen wir die Kohle auch noch mit. Oh, Entschuldigung. Da ich gerade mal das Mikro ein bisschen penetriert. Oh, und da geht es direkt weiter. Das ist natürlich auch gut. Wir sind schon wieder Level 17. Wenn ich einmal zurücksehe, dann können wir ja ordentlich ein bisschen was. Ordentlich ein bisschen. Ordentlich was verzaubern. Falls wir ihr Leben rauskommen sollten. Kohle. Und dann geht es weiter.